Hey Leute, Sonntagabend, 8. Januar, 23.14 Uhr zeigt die Uhr und das heißt, das große Rocket-Jahresfinale ist gerade über die Bühne gegangen. Ich, Mippenmang, dabei und ich stehe noch so ein bisschen unter Strom. Adrenalin pocht hier noch heiß durch meine Adern, denn ich habe es aufgenommen, aber nicht live gestreamt. Das wäre der Sache sicher auch nicht so zuträglich und angemessen gewesen. Aber es ist eben doch ein großes, interessantes Turnier mit einem krass hohen Preisgeld und das kitzelt dann eben schon ein bisschen. Hinzu kommt ja noch die Tatsache, anders als in den letzten Jahren, habe ich jetzt inzwischen immer mehr Streaming-Konkurrenz und da hast du dann natürlich auch den Anspruch, dich nicht unbedingt zu blamieren, möglichst ein gutes Turnier hier auch zu spielen. Ja und dann schauen wir einfach mal, wie mir das gelungen ist. Ich zeige euch gleich die erste Serie. Habt ihr morgen schon was zu gucken? Ja und es geht gleich mit einer interessanten Karte los. Guckt euch das mal an in Hinterhand und da sagt Mittelhand 18 und wir stehen und haben eine erste Entscheidung zu treffen. Das Handspiel kannst du natürlich überlegen, aber mit zehn eigenen Augen in der Abgabe, mit ein bisschen Pech, wo noch eine Gegenreizung ist, kannst du den schon fast über die drei Fehlkarten Stiche verlieren. Gut, das müsste sehr unglücklich sein, aber natürlich musst du auch immer irgendwie noch den 15-Augen-Trumpf-Stich hier einplanen. Du kannst das Ding natürlich auch aufnehmen dann, aber da musst du wirklich, ja, also im ersten Spiel, ich wollte das nicht tun. Und jetzt guckt euch das mal an. Ich schneide hier gar nichts. Spieler 3, Mittland, der ist jetzt erstmal im Tank und ich glaube, der ist im Tank, weil er auch wirklich nicht besonders gut gefunden hat. Und ja, also, wenn ich es mir jetzt so anschaue, ich glaube, genau diese Karte hatte ich noch nie in meinem Skat-Leben. Jetzt muss ich hier diese Entscheidung treffen. Ich sage mal, wenn die Pik-Dame irgendwie eine Lusche ist, dann bist du ein Stück eher vielleicht auch schon wieder beim Handspiel oder die Herz-Dame wenigstens. Aber ich weiß es nicht. Ich wollte es jetzt im ersten Spiel nicht gleich draufsetzen. Und nach langer Überlegung tauft Spieler 3 einen Null. So, für mich natürlich, oh, guck mal, auch schon interessant, dass er auf die Kreuz 8 da mit der 10 raufläuft. Kann natürlich sein, dass er, oh, ich glaube, das Thema hat sich schon erledigt. Was lag im Skat? Kreuz 7 und Pik 9. Also, das wäre nicht so besonders erfrischend, erfreulich für mich gewesen. Aber so oder so, mit oder ohne Skat, ich denke, eine vertretbare Entscheidung. Hier sage ich jetzt 18. Auch natürlich mit dem halben Null-Ansatz. Eher den Null als den Karo. Ich bekomme es für 18. Ja, Pik Bube, Pik Ass ist also nicht der Null geworden, sondern jetzt wird es der einfache Karo. Der kann auch, wenn Pik und Trumpf zu dritt steht, kann der natürlich auch kippen. Aber erstmal haben wir bei 18 einen 7-Trümpfer mit dem Ass zu dritt. Also gehen wir einigermaßen optimistisch in die Nummer rein. Dass kein Pik auf den Tisch kommt, ist sicher auch erstmal gut. Ja, und jetzt kann man auch natürlich mal Buben spielen oder so. Gegen blank stehendes Trumpf-Ass wäre das die richtige Karte. Aber hier, Herz-Bube fällt. Gegen blank stehenden Buben ist natürlich die Lusche besser. Also ich habe mich hier entschlossen, erstmal nichts an eigenen Augen abzugeben. So gesehen haben die anderen 13. Ja, und ich glaube, ich muss wohl hier den Buben spielen, weil das Spiel noch nicht unverlierbar ist mit der Lusche. Wenn ich jetzt Trumpf-Lusche spiele, wirklich auf Trumpf 2-2, haben sie erst 15. Dann ist Schneider natürlich wahrscheinlicher. Jetzt haben sie schon 17. Aber wenn Herr Pik 10-König in einer Hand steht, dann ist Schneider natürlich immer noch möglich. Guck mal, 0 Augen. Gut, da kann man auch einmal abtragen, auch wenn es natürlich üblicherweise nicht hilft. Aber auf 0 Augen haben wir wirklich nichts liegen lassen. Jetzt einmal so ein dusseliger Bluff, der sehr wahrscheinlich nichts bringt. Und jetzt einmal Pik von unten und gucken. Tatsächlich, 90. Na siehste. So gesehen, jetzt gar nicht so schlecht gestartet. Eins weggelassen, 40 bekommen. Jetzt gut bei 18 rangekommen und gut gefunden. Dann den Schneider sogar noch. So, das sind vielleicht schon die beiden Spiele, die du am Anfang mal brauchst, um so im Turnier erstmal anzukommen, um erstmal so ein bisschen die Nervosität hier abzuschütteln. Es wird also wie üblich, wie immer, Skat gespielt. Die Karten werden ganz normal verteilt. Oh, hier natürlich Spieler 2. Glück gehabt, habe ich es gut für ihn getroffen. Entweder die 10 zu zweit, wenn nicht zu dritt, ihm gleich hochgespielt. Okay, ist vertretbar, aber ich greife in irgendeine Farbe rein. Man bügelt so ein bisschen in den Farben rum. Ja, es sieht wie ein 5-Trümpfer aus hier irgendwie, ne? Aber ich habe halt auch noch die Trumpflusche. Wo soll ich mit dem Herzass hin? Sonst kann er da sein Kreuz noch billig abschmeißen. Also rauf, er hat den Kreuz Buben. Da kommt der letzte Pick, der siebte. Und dann hat er noch ein Kreuz. Sind wir halt rausgekommen. Ich glaube, der stand natürlich so artig. Den wird er wahrscheinlich selbst dann gewinnen, wenn er da die 10 nicht freigestellt bekommt, freigespielt bekommt. Jetzt hat er ja über 80. So, das ist natürlich hier nichts. Die 5-Bilder-Challenge, da wäre ich vorne mit dabei. Aber ansonsten bedecke ich mich hier. Vorhand krank. 24-Reizung vom Partner. Nein, da verbietet sich, glaube ich, Kreuz König. Karo 8 ist hier, glaube ich, etwas besser. Ja, wahrscheinlich so richtig relevant hat das vermutlich ohnehin nicht. Das denkst du dir gleich, wo du Pik Bubel liest, siehst du es ja nicht, dass zwei Buben dagegen stehen. Also drei Bauern hat er, drei Pik. Gucken wir mal da auf die Abwürfe. Die sagen mir jetzt auch noch nicht besonders viel. Theoretisch, wenn er jetzt irgendwie auf Herz 8, 9, 10 tatsächlich steht oder so und noch eine andere fehl und den irgendwie mal losgemacht hat. Ne, aber er hat die Herz 10 nicht. Ja, dann geht es jetzt hier wohl nur um Schneider frei. Wahrscheinlich hat er jetzt noch einen Drilling. Karo. Ja, da kommt es auch schon. Da zeigt es sich auch schon. Karo, König, Luschen noch. Gern einfach gewonnen für Spieler 2. So, das sieht doch gut aus. Ast 10, Ast 10, Ast, Kreuz, Bube. Den müssen wir reizen, aber diese Gegenreizung ist natürlich wirklich unangenehm. Denn was soll Spieler 2 in Hinterhand haben? Er hat auch nicht den 0. Jetzt die 27. Ja, er hat die 27. Das kann natürlich übel für uns sein, aber ein Handspiel mögen wir auch nicht machen. Hepp, nicht gut. Nicht gut, Karo, Lusche und der Herz, König. Ja, irgendwie zwei volle drücken oder doch nur ein Herz vollen und eine Karo, Lusche. Es gibt hier so ein paar Varianten. Es gibt haufenweise Drohungen in dem Blatt. Ich meine, ich glaube, man muss das reizen. So ist es nicht. Aber wenn der hinten wirklich zwei Bauern und vielleicht, keine Ahnung, sogar fünf Karos oder so stehen hat, dann wird das aber ein ganz heißer Ritt. Dann müssen wir also idealerweise mit den drei vollen in der Beikarte gut, wenn das läuft. Peak Dame kriegen wir als Pflichtbild. 21, 32, 500, 45, 56, Kreuz, Bube, wenn die Bauern dann nicht zu dritt stehen, wo ich irgendwie bei dieser Reizung noch nicht von ausgekommen wäre, so auf 62. Aber es kann natürlich auch sein, Karo geht los und dann trägt Spieler 3 vorne schon irgendwelche, ein Zwilling Herz oder was ab und sticht dann da im Herz zurück und genauso kommt es. Also ich entscheide mich jetzt hier, die Kreuz 10 mitzudrücken, wie ihr gesehen habt. Ich finde, es ist eine enge Kiste. Aber irgendwie die 27 kann ja auch zusätzlich zum Karo auch immer noch so ein bisschen mal über den Kreuz rüber gehoben haben. Also aus dem Grund habe ich jetzt hier statt Herz 10 mich für Kreuz 10 entschieden. So. Jetzt gucken wir, was passiert. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Denn Karo 10 wird ja wohl bei Spieler 3 sein. Also in anderen Worten, Spieler 2 hat nur zwei Karos und vor allen Dingen jetzt muss er ja die Farbe wechseln. Und das könnte auch bestätigen, dass er eigentlich gar nicht so richtig den Karo gereizt hat, sondern mehr so über den Kreuz rüber. Also wir nehmen natürlich sofort raus. 21, 32, 35 noch kurz gerechnet. Wenn ich jetzt den Buben ziehe und der hat drei Bauern und danach nur Herz 10 und Kreuz Ass mit jeweils luschen, bin ich bei 60. Aber ich glaube nicht, dass der drei Bauern hat. Und im Übrigen kann ich dann zur Not ja immer noch Herz 10 noch einen Herz König-Zwischenzug machen. Also Kreuz Bube, da sind die beiden Bauern gekommen. Läuft jetzt Herz. Herz läuft. Läuft jetzt Kreuz. Sack ist zu. Ganz schön geschwitzt. Aber am Ende war alles gut. Herz Dame bedient er sogar auch noch. Also ich habe es mir hinterher natürlich mal angeschaut. Die 27 waren schon ausgesprochen zweifelhaft. Er hat tatsächlich nur den einen Kreuz da gehabt. Und ansonsten Pik 10, König Dame, Karoas König, Herz, Lusche Dame und die beiden roten Bauern. Also wenn er das Spiel bekommt, da wird er glaube ich auch mit großem Vorsprung zweiter Sieger in dem Spiel. So, für mich, ich soll mich nicht ärgern. Ich habe ein schönes Spiel gemacht. Jetzt wieder ein sehr schöner Ansatz. Aber auch wirklich keine gute Findung. Eher so minimal. Ja, also wenn es um, weiß ich nicht, wenn es um nicht viel geht. Du kannst natürlich auch mal 20 Augen drücken, Karo 10, Kreuz 10 und den Gang losmachen. Nach dem Motto, muss nur der, der die beiden Bauern hat, vielleicht einfach einen Rollmops haben. Und den Herz als 10 bedienen. So, 20, 26, dann den Herz 24 und Pik Ass 61. Kannst du auch so rechnen. Aber manchmal sticht der ja dann doch irgendwie die Herz 10. Also das ist natürlich schon ein heißes Eisen auch. Deswegen habe ich mir gedacht, der Kreuz 4 Trümpfer, der gefällt mir doch ein bisschen besser. Da kann ich auch 20 drücken. Hab die Kreuz 10 noch oben. Hab von Anfang an vor gar nicht, erst mit Trumpf loszulegen und diese Kreuz 10 zu gefährden. Die Asse müssen sowieso laufen. Sehr schön, dass sie Herz Dame bekommen. Nicht nur wegen den drei Augen, weil ich, sondern ich weiß, aus Spieler 2 hat halt jetzt kein Herz mehr. Dem kann ich später mit dem Herz König noch Druck machen. Bei dem vermute ich natürlich im Zweifel eher ein paar mehr Trümpfe. Und jetzt hat es auch wunderbar geklappt. Obwohl schon die ganzen Herzen bekannt sind, hat irgendeiner da das Karo Ass noch nicht rausgenommen. Immer noch eine Karte, die wir irgendwann im Spiel versuchen können anzuhalten, festzunageln. So, 34. Aber jetzt hier einfach nur das Ass mit zwei Luschen mitnehmen, habe ich dann doch keine Lust. Guckt mal an. So bin ich bei 52, habe zwei Bilder bekommen. Das sieht man ja auch so ein bisschen, so wie es bisher lief, wie die Karten stehen. Alles steht glatt, dann steht jetzt auch nicht Peak plötzlich 4-1. Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich. So, da ist der Bauer raus. Der Bauer gefällt mir gut. Damit kommen sie jetzt an meine Trumpf 10 nicht ran. Hätte ja immer noch sein können, der sticht klein und setzt mir dann erstmal Herz und Karo Bauer vor, weil er irgendwie fünf oder sogar sechs dagegen hat. Und dann ist meine Trumpf 10 hinüber. Aber wo der Bauer weg ist, ist hier wirklich alles, sieht das hier alles sehr gut aus. Trumpf 10 reicht mir jetzt schon. Zack, machen wir einfach den Sack zu. Ja, und jetzt, ich hätte ihn ja hier sogar noch mit der Dame stellen können. Hätte noch fünf Augen sogar mehr machen können. Sack war ja schon zu, aber irgendwie einfach dann noch das Karo As wie geplant mit dem alten festgehalten. Und so weit, so gut. So, da kommen wir natürlich keine 18 über die Lippen. Es geht ja hier über fünf mal 24 Spiele. Also das ist schon nicht die Langstrecke, aber so in Richtung Mittelstrecke. Also da wird man solche Spiele natürlich nicht reizen. Die wird man wahrscheinlich nie reizen, außer vielleicht auf einer ganz kurzen Distanz, wie in der Rocket Quali. So, Kreuz habe ich ein paar dagegen, aber ja, sehr wahrscheinlich, wo die Bauern kamen, wird er ja hier keine Probleme mehr haben. Wir sind raus, das ist schon mal gut. Und ja, was ich da so reinliege, ist gar nicht mehr so wichtig. Guck mal, hat ordentlich gedrückt. Ich glaube, 20 Augen gewinnt den Gang mit zwei. Im letzten Jahr habe ich mir irgendwann in der, ich glaube, in der zweiten oder dritten Serie schon, nachdem ich das Gefühl hatte, ich stand nicht gut, hatte ich, glaube ich, 45 gehalten und Gang ohne Vieren verloren, wo ich nur drei Asse hatte. Also das war irgendwie eine Nummer, die will ich mir dieses Jahr also definitiv nicht gönnen. Einfach ein bisschen den Ball flacher halten, flacher, vielleicht auch nicht immer richtig flach. Das kannst du beim Skat ja gar nicht. Ohne Risiko kannst du auch nichts gewinnen. Aber zumindest nicht so dieses komplett übertriebene Risiko. Ich hatte mir hier vorgenommen, einen besseren Auftritt hinzulegen und dann möglicherweise auch dadurch hoffentlich mit ein bisschen Karte belohnt zu werden, dass sich das dann auch rentiert. Aber gucken wir uns die Geschichte einfach mal an, wie es weitergeht. Ja, wo ich schon Kreuz Asse gesehen habe, er hat nur zwei Pik einfach raus. Wahrscheinlich hat er Pik 10 gedrückt, so war es auch. Also da hatten wir natürlich gar keine Chance. So, Spieler 3 bestellt mal einmal gute Karten. 0 zu 1 ist natürlich wirklich kein Traumstart. Einmal im ersten Spiel in Mitteland 18 gekrächt, zwei Luschen gefunden. Ah, aber vielleicht hat er die guten Karten für mich bestellt. Guck mal, eine zu drücken zum Nullouvert, ist das nicht fein? Aber ich glaube, wir werden nicht reinschauen. Das ist der erste Ganghand des Abends ins Spiel 9, also für mich. Und man muss da mal ganz kurz durchrechnen, ganz kurz. Also es kann ja theoretisch sein, dass hier fünf Kreuz in einer Hand sitzen und da zwei Asse geladen werden. Dann hätten sie schon 43. Wenn dann noch Karo König 10 abgestochen wird, dann hätten sie 59. Aber ich konnte mir das, weil sie eben nur auf 59 kommen können, im Worst Case, der überhaupt nicht anzunehmen war, konnte ich mir das erlauben, auch im Schneidersinn auf den Bubenzug erstmal zu verzichten. So, jetzt würde ich sagen, bin ich richtig gut dabei. Sehr schöner Auftakt hier ins Turnier. Vier dagegen mit beiden Trumpf vollen, sonst kein voller. Eine Reizung von meinem Partner. Also da haben wir sehr viel Hoffnung, muss ich sagen. Der sticht auch gleich ins Karo hinein. Blanker, Pik, Bube, wobei mein Partner 6, 5er also. Extra die 9 im ersten gelegt, damit ich, falls er jetzt hier irgendwie mal abwirft, dann jetzt noch mit der 7 unterbleiben kann, genau für den Stich. Aber er sticht wieder. So, und er zieht Trumpf. Das heißt, jetzt ist klar, wir haben 13, 34 und das ist der 6-Trumpfer. Er hat zweimal in Karo reingestochen, also hat irgendwie eine stehende Beikarte vermutlich, wo er nicht allzu viel abzuwerfen hat. Also ist zu befürchten, die Beikarte ist ein bisschen stärker. Drilling, Herz, blanker Kreuz möglich. Dann wäre es wahrscheinlich Kreuz Ass. Verschiedene Varianten möglich. Womit machst du jetzt am wenigsten kaputt? Tja, sagt ihr es mir. Herz Dame vielleicht, ne? Ich habe mich jetzt irgendwie hier für Kreuz 9 entschieden. Und in dem Moment, wo ich Kreuz Ass sehe, denke ich noch, das ist wahrscheinlich in Ordnung. Jetzt warte ich einfach auf Kreuz 10. Dann sind wir auch zu Hause. Und wir haben 45 liegen. Kreuz 10 mit der Dame. Und dann kommt hier der Kreuzkönig. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, Daniel, du hast es verkackt. Genauso ist es. Es war die seltene Konstellation, dass er einen Vierer-Zuchter bei hat. 10 König, Doppellusche, wo er die 10 unten hat. Und das Herz Ass blank. Und ja, jetzt kommen wir halt nur noch auf 59 bei 45 liegen. Ich muss aber auch sagen, Spieler 2, der ja noch die Herz 10 auch wirklich zu dritt hat, ne? Das ist, der muss, glaube ich, wirklich, wenn er ganz präzise mitdenkt und mitzählt, muss er einfach da mit der Kreuz Dame laufen. Entweder jetzt bei 45 liegen, dass er das, das hatten wir noch nicht zu dem Zeitpunkt, ne? Aber dass er das Kreuz Ass für meinen Stich behält, falls er wirklich nur Herz dabei hat. Oder eben genau für diese Konstellation, ne? Dass der jetzt einen blanken Kreuz hat und zweimal hintereinander in Karo Dame und in Karo Lusche reingestochen hat. Das konnte es eigentlich nicht geben. Und ja, so gesehen, wie gesagt, ihr seht ja hier, er hätte auch noch Karo 10 zum Vorsetzen gehabt. Also ein Problem in der Übergabe bekommen wir dann auch nicht, wenn der den Kreuzkönig dann nimmt. Danach das Herz Ass spielt und mich dann in den Trumpf wieder reinsetzt. Er kann dann immer noch, er hat dann immer noch zwei volle, kann also auch mit der Herz 10 danach noch wieder ran. Also da, ja, ich habe ihn nicht gut getroffen. Ich war nicht zufrieden hier. Ich glaube, ich muss wirklich Herz öffnen. Das war der erste, den ich mir so ein bisschen hier ankreide. So, beim Grain Hand mit zwei, nach zwei Stichen sind die Bauern raus. Und ja, Pigloch war jetzt, es ist nicht immer eine Gegenfarbanzeige. Auf dem Kreuz Buben zum Beispiel bringt ja üblicherweise auch die Gegenfarbanzeige überhaupt nichts, weil du ja selten eigentlich die Situation hast, dass dann der Bube weitergespielt wird, wenn der Spieler ein Tempoproblem hat. Dann kommen die ein, zwei langen und starken Farben. Deswegen auf dem Stich die Gegenfarbanzeige bringt gar nichts. Jetzt sind wir kurz vor Schneider frei. Ich halte hier meine Dame fest und damit kommen wir dann auch raus. So, jetzt mal ehrlich. Auf 20, sechs Trumpfen Ass in Vorhand, einen Trumpf vollen. Und dennoch, ich glaube, ich muss hier auf 20 raus. Und ich stehe hier wirklich noch, ich stehe hier wirklich noch unter dem Einfluss, dass ich mir die Streams von Martin angeguckt habe, die letzten Tage mit seinen kompletten Streams. Und der hat das Ding, der hat das Ding immer 27 rausgenommen. 27 nehme ich noch raus, hätte er jetzt gesagt. Und dann dachte ich auch, na komm, ich nehme auch mal die 27 raus. Ja, aber ich kriege es. So, Karo 10 gefunden. Das waren schon die guten Nachrichten. Also wir drücken ihn uns hier sauber. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt auch natürlich sogar mit der blanken 10 spiele. Aber er ist da noch eine Nuance zu gut, um das alles auf eine Karte zu setzen. 27 Reizung kann ja auch heißen, dass alles gut steht. Aber Herz Bube sieht nicht gut aus. Und Pik Bube sieht noch weniger gut aus. Denn Spieler 3 hat offensichtlich vier Trumpf dagegen. Lässt jetzt im Zweifel hier schon die Trumpfdame so ein bisschen stehen, um sich in diesen Stich da reinzudrängeln. So, warum tut er denn das? Ich meine, vielleicht ist es eine Chance für mich. Vier. 25. Ja, aber damit sieht es dann schon wieder nicht mehr gut aus. Er hat sich da reingedrängelt, sehr wahrscheinlich, um sein blankes Pik Ast zu ziehen. Und obwohl da jetzt die 21 fallen, sind das nicht die besten Nachrichten. Denn Karo 7 sieht dann irgendwie doch nicht so aus, als ob er jetzt plötzlich unter seinem Ast spielt. Er ist das Pik Ast raus und jetzt plötzlich unter dem Ast. Das sieht nicht so gut aus. Ich überlege hier kurz, ob ich mit der Trumpf 8 steche, um danach Karo Bauer und Herz Königssohn geht, danach wieder mit der 9 stechen, damit ich diesen Trumpfdamenstich mache. Aber es ist ja klar bei 27, der wird noch ein paar Karos haben. Also wahrscheinlich ist das Spiel nicht zu gewinnen. Karo, als wirklich hinten ist, ist der letzte volle, der noch fehlt. Außer dem Trumpfass jetzt ist die Kreuz 10. Und dafür steht wahrscheinlich noch Pik Damenstich bei unserem Partner. Also sehr wahrscheinlich ist das Spiel einfach nicht zu verteidigen. Ich steche dann ein, ziehe das Kreuzass einmal blank raus. Also auf Tempo haben wir hier schon nicht mehr gespielt. Vielleicht macht Spieler 3 noch irgendeinen Quatsch, dass ich Trumpfass am Ende bekomme. Ist auch schwer vorstellbar, aber wie auch immer eingespielt werden, wollen wir hier auch nicht mehr. So, jetzt mal gucken. Sitzt der vielleicht doch noch 2-2? Nein, er sitzt nicht 2-2. Gut, spiele ich jetzt Pik raus, kann Spieler 3 noch einen vollen laden. Die Trumpfschäfer liege ich sowieso. Also gehen wir jetzt, wenn überhaupt noch, dass wir Kreuz 10 von Spieler 3 bekommen. Aber es wird wohl einfach nicht reichen. Das ist auch dann einfach zu wehrlos gegen 4-Trumpf, das Ding. Und Kreuz 10 auch noch bei Spieler 2. Guckt euch das an. Kreuz 10 auch noch da. Also ein Griff ins Klo. Ein bisschen mit Ansage. Ich war wirklich noch so ein bisschen, muss man auch sagen, das ist dann vielleicht wirklich noch der Folgefehler, dass ich so ein bisschen mit mir gehadert habe und aber vielleicht auch noch mit dem Mitspieler aus diesem Spiel zwei Partien vorher, wo wir das Gegenspiel haben liegen lassen. Ja. Und dann bist du halt so ein bisschen anfällig für so eine Nummer. Da geht es halt hin. Ich mache jetzt, ich nehme den Stich noch mit mit der Trumpfdame, aber sie sind irgendwo bei deutlich über 60. Klingen. So schnell kann aus einer Serie, die sehr gut anlief, auch psychologisch natürlich, wie die Stimmung dann ist, kann sich das sehr schnell drehen. Und im Endeffekt, so, jetzt komme ich ja auch bei 18 nicht ran. Auch ärgerlich. Jetzt musst du noch aufpassen, dass man da jetzt nicht weiter reizt. Dann kriegst du es wahrscheinlich. Und dann noch einen Doppelschlag setzt. Also ich verkneife mir das hier. Ist mir auch nicht so leicht gefallen. Natürlich kann man da auch sehr gut noch irgendwie reinfinden. Das Herz gespielt wird auch einigermaßen klar. So, zwei. Oh, die Pik 8 kam schnell auf 12. Jetzt mal kurz überlegen, ob wir auf diesen Pik Königstich gehen wollen. Wie viel Trümpfer ist denn das überhaupt? Karoassflächer? Also, aber dann, ich habe mich letztlich entschieden, nee, diese Trümpflusche von meinem Partner, die scheint mir anzudeuten, dass der wohl noch irgendwie zwei Trümpfstechen in der Hand hat. Und ich denke, ich ziehe jetzt mal einfach das Pik Ass. 33. Und jetzt guckt euch das mal an. 44, 46. Und mein Partner muss doch noch den Pik Pum haben. Es ist der 7-Trümpfer mit dem Karoass da noch an der Seite. Einzige Begründung, warum der Pik König sogar gedrückt ist. Und wir haben 60. Wir haben 60. Und guck, er verliert einen 7-Trümpfer in Vorhand mit beiden Trumpf vollen, dem blanken Karoass und Pik 7, 9 an der Seite. Also auch richtig bitter und schön gemacht von meinem Partner, beziehungsweise im Nachgang die einzige Chance, die er vielleicht jetzt gehabt hätte, wenn er aus seinem Trumpf 7, 9, Dame, König 10, erst Karo Bauer mit dem Karo Bauern startet, weil dann vielleicht mein Partner aus der Trumpf 8 und den Mittelbauern den Herz Buben legt. Dann hätte er das Ding gewonnen. So nach Trumpf 9 Aufschlag gelesen, gelegt auf 60. Was drin lag, weiß ich gar nicht, ob ich es geguckt habe. Habe ich es geguckt? Nee, habe ich nicht geguckt. Ja, eine bittere Pille. Und in dem Fall dann Pik erst 10 Gülden getroffen. So, also, nachdem das so ein bisschen in die Unwucht gekommen ist, nach der ersten Unzufriedenheit mit dem eigenen Spiel, dann den einen gereizt, jetzt natürlich wieder runterkommen, durchatmen, abhaken, kann es nicht mehr ändern, dann kann man sich hinterher immer noch durch den Kopf gehen lassen, kann man sich später noch in der Manöverkritik selber für kritisieren. Jetzt müssen wir hier einfach weiterspielen. So, Trumpf Ass blank, 6 Trümpfer offensichtlich, Kreuz Dame von meinem Partner. Kann natürlich sein, dass da jetzt wirklich mal Kreuz 10 irgendwie steht zu dritt. Blankes Ass, Kreuz 10, dritt, 6 Trumpf. Also ein bisschen ungewöhnlich, dass er den wirklich von oben zieht, aber, ah, Herz Ass hat er auch noch. Das heißt wahrscheinlich, dass er Kreuz 10 nicht bestellt haben kann. Und Pik Dame ist der Moment, wo es heißt, Ambitionen begraben, Pik 10 dann offensichtlich auch noch. Von daher, ja, können wir hier nichts gewinnen. Ich kann es jetzt fast beliebig fortsetzen. Ich wollte jetzt hier einmal auf dem Herzstich rüberspielen, glaube ich, um danach vielleicht die Pik 10 am wenigstens noch zu stechen. Kreuz 10 scheint auch noch gedrückt zu sein. Aber es geht dann halt nur Schneider frei. Theoretisch muss jetzt sowieso, egal auf welche Karte, erstmals Kreuz Ass im Siegssinne. Also egal auf welche Karte, natürlich nur nicht auf Herz Dame, denn das ist ja der Siebte, den kann er nicht haben. So, dass er hier sticht, zeigt halt auch, hat wirklich noch Pik 10 in der Hand. Kreuz 10 gedrückt. Also wirklich Ass 10, Ass König an der Seite und noch voll gedrückt, hatten wir keine Chance, auch wenn es erst ein bisschen danach aussah. So, 18 von unserem Partner. Was wird denn jetzt gespielt? Kreuz ist Trumpf. So. Ja, wie schlägt man den auf ohne Trumpf, ne? Ich glaube, auf die Reizung Karo Lusch ist schon in Ordnung, ne? Aha, hat kein Karo, mein Partner noch. Karo Ass. Ich glaube, eigentlich, der muss schwer werden, oder? Also ein Sechstrümpfer wird er wahrscheinlich auf keinen Fall gewinnen. Das können wir auch schon fast ausschließen aufgrund unserer Beikarte. Also wenn er einen Sechstrümpfer hat, dann muss er so viel Fehl haben, dann werden wir immer gewinnen. Aber wenn es ein Siebentrümpfer ist, so zwei bis drei Trumpfstiche. Den ersten nämlich beschwere ich üblicherweise selten beim Siebentrümpfer. Kann man es auch schon machen, aber ich wollte noch einmal, also ich wollte da noch einmal meinem Partner die Chance geben, den laufen zu lassen und da ein bisschen mehr Klarheit noch bekommen. So, jetzt geht er auf Fehl. Jetzt habe ich es natürlich auch nicht mehr so richtig leicht. Da habe ich es mir wirklich ein bisschen schwer gemacht. Caro Bauer, einfach Herz-Ass reinladen, macht es mir ein bisschen leichter. Herzkönig will ich nicht spielen, nachher sticht mein Partner, aber ich will natürlich, dass er Pik jetzt abwirft. Und ehrlicherweise, nach diesem Null-Augen-Stich, nach diesem Null-Augen-Stich, komme ich jetzt eben wirklich auch mal ins Grübeln, weil die Pik 9 von Spieler 3 so schnell kam, dass ich sage, alles klar, das ist wahrscheinlich wirklich der 7-Trümpfer und ja, dann hat er jetzt, vielleicht hat sogar mein Partner noch das Pik Ass. Ich glaube, mein Partner wäre wirklich gut beraten, wenn er das Pik Ass hat, dass er da eben das Karo Ass reinlegt. Er hat das Pik Ass. Jetzt ist klar, dass es der 7-Trümpfer ist. Ja, jetzt haben wir ein klitzekleines Problem, wenn wir nicht alle 3 Trufstiche machen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. So, jetzt noch Kreuz und Herzbauer bei meinem Partner und da zieht der Herzbauer, was der klare Beweis ist, dass er den Kreuz-Boom nicht hat. Und an der Stelle muss ich sagen, also, ich wusste, dass ich nicht so richtig zufrieden war mit dieser ersten Serie. Das ging mit diesem einen Gegenspiel los, wo ich die blanke Kreuz-Lusche spiele, statt dem Herz-Drilling. Und dieses hier, wenn ich es jetzt so sehe, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, aber das habe ich wirklich auch nicht gut gespielt. Das habe ich nicht gut getroffen. Auf Karo Bube muss einfach Herz-Ass rein, dann wird es viel leichter für uns. Natürlich hat der Spieler 3 jetzt Glück, dass die Herz-Lusche bei meinem Partner quasi blank stand, dass der wirklich, dass da wirklich nur elf Augen jetzt auf seine blanke Herz-Lusche gefallen sind. Auf Pik-Lusche-Dame hat er jetzt 24 abgegeben, da können wir 28 draus machen. Wenn ich da nicht diese Herz-Lusche spiele, oder wenn mein Partner dann da einfach das ohnehin tote Karo-Ass rein knistert. Ja, und dann eben statt der Trumpf-Lusche da den Karo-Bauern mitnehmen. Das sind vier Augen und zwei Augen. Also, habe ich auch schlecht gespielt. Hab ich wirklich, ich war noch nicht so richtig drin. Man sieht da vielleicht dann auch, obwohl ich nicht live gestreamt habe, ein bisschen die Nervosität. Aber das muss besser werden. Also, ich sage mal so, ein, zwei kleine Böckchen hast du wahrscheinlich über 120 Spiele immer drin. Aber da ist natürlich der Anspruch ein bisschen anders und also viel mehr davon verzeiht so ein Turnier wahrscheinlich nicht. Denn letztlich, ja, dir fehlen die 40 Punkte und ein Gegner ist quasi dann auch noch im Rennen, den du ein bisschen hättest ausbremsen können. Ja. Nicht gut gezockt an der Stelle. Ja. So, Spieler 3 nimmt es dankbar an. Bei dem Kragen kommen auch die Bauern. Nochmal ein Spiel zurück. Man muss natürlich sagen, es ist im Prinzip die eine Kleinigkeit. Nachdem ich den Karo Bauern nicht beschmiert habe, war es vorbei. Selbst wenn wir dann in Peak die 28 machen, hätte es auch nur noch für 58 gereicht. also, ähm, ja, an der Stelle, an der Stelle eben dadurch, dass wirklich ein Herz auch nur 11 fielen, war es schon passiert. Also, so gesehen, ich relativiere das vielleicht auch gleich mal wieder. Ja, es war nicht, nicht ordentlich gespielt, es war auch kein so krasser Fehler, aber gut, manchmal die Kleinigkeiten sind es ja eben immer beim Skat. Also, geht auf meine Kappe. Und damit weiter zu Spiel 17. Ich setze mich jetzt auch mal gerade hin, vielleicht bringt das ja hier was. So, Spieler 2 hat länger überlegt. So fühlt es sich zumindest an. Ich habe eine blanke Karo, ich habe vier Linkkreuz, Herz ist 10, also mach auch zwei Trumpf, macht gut sein, dass hier irgendwas los ist in dem Spiel, dass wir irgendwas gewinnen können. So, Kreuz Ass, war das blank, manchmal ist dann sogar 10 Dame, oh, und jetzt kommt Herz Lusche raus und das ist natürlich typisches Zeichen für einen Siebentrümpfer mit Vieren oder Fünfen oder Achttrümpfer mit Dreien oder Vieren, sowas in der Art, warum soll ich jetzt fehlkommen, ne? Partner gibt erst die 7, da habe ich einen Moment gedacht, die war blank, dann gibt er die 8 und jetzt ist hier schon Feierabend beim, Achttrümpfer mit Vieren, einen Bauern gefunden, A hatte natürlich eine riesen Keule Ansatz, also was er überlegt hat, war dann, ob er den vielleicht doch als krank macht und er hat sich dann für die sichere Variante entschlossen. So, hier kommt der nächste Peak, Karo Ass dabei, Schade, da ist sie weg, jetzt schon wieder Fehl, das ist ja fast das Gleiche, was ist denn hier los? Vielleicht hat er noch wieder mit Siebentrum, wieder mit Vieren oder so, vielleicht hat er noch Karo König in der Hand und dann auf 32, ne, Herzlusche und mein Partner hat auch nicht die A10, aber wirklich, nochmal ein Peak mit Vieren, Schneider, gut, er hat diesmal einen Trumpf weniger, ne, einen Trumpf weniger, dafür jetzt einen Seitenass. So, bei 18 würden wir ihn einkaufen. Spieler 2 ist wieder am überlegen, er hält die 18, ja, ich glaube, dann muss ich raus, ne, das waren auch wirklich so Versuchs 18, da braucht man auch wirklich eine gute Findung. Karo ist Trumpf, oh, ho, hoch, 5 dagegen, Herz 8, den wollen wir noch nicht, also es ist der Sechstrumpfer mit Trumpf Ass, den König, den beiden roten Bauern, also Trumpfstehen mache ich nur 2, wobei ich vielleicht an ein Volles rankomme, ich kann es sogar erzwingen, aber die Frage ist, was macht dann, ob mein Partner das zulässt, ich sehe jetzt schon irgendwann den Stich vor mir liegen, Trumpf König und mein Partner muss überlegen. So, Herzlusche kam zuerst und jetzt Pik Ass. Herz Ass ziehen und ihm dann im Zweifel ein Drilling hochspielen. Muss natürlich auch sagen, mein Partner hat keinen Trumpf, das heißt, der wird, der hat die, der hat, der muss nicht Herz kurz haben, der hat nur Kreuz, Pik und Herz in der Hand, aber es flog erst Herz 8 und dann Pik Ass. Ich greife mal ins Kreuz hinein. Neue Farbe erstmal öffnen. Aha. Kreuz da, mit Kreuz 10. 28 und Kreuz zurück. Dann hat er wahrscheinlich doch den Drillingkreuz. Dann hat er nur noch eine Fehl. Und da ist es passiert, da ist es passiert. Draußen in 44, wenn er eine Herzlusche hat, kommen wir noch auf 59. Wenn er Pik König sogar blank hat, kommen wir auch nur noch auf 59 oder 58, wenn er einen Partner noch nicht Pik 10 hat. Und ärgern. Ich habe es verkackt. Herz Ass, muss ich doch ziehen. Aber, jetzt muss ich auch sagen, ich habe es mir natürlich hinterher angeguckt, Spieler 3 wirft halt erst aus der Herz 10 zu viert ab, wirklich. Und dann aus dem Pik erst zu viert und Kreuz hat er zwei. Er hatte zwei Vierständer und diese Kreuz 10 bestellt. Kreuz König, was ich ja auch noch nicht 100%ig wissen kann, aber ich habe es natürlich noch im Kopf, hat er nicht. So, ich spiele hier, das finde ich übrigens an der Stelle wieder gut, ich versuche es zu retten. Wenn Pik 10 noch beim Partner ist, dann will ich hier den Extrastich haben. entweder, dass ich einen Trumpf-Extrastich bekomme oder den Trumpf vollen und dann kann es mit dem einen Fehlstich in Herz noch reichen. Aber, Pik 10 ist gedrückt. Ja, und jetzt habe ich das also hinbekommen, vielleicht auch wirklich ein Novum in dem Spot, dass wir es jetzt, dass ich es jetzt geschafft habe, auf Herz nur 15 Augen einzusammeln und danach Rest beim Alleinspieler. Und ja, ich, okay, wenn ich Herz Ass ziehe, im zweiten Stich wird es mega einfach. Im dritten Stich besser gesagt. Aber, ich denke auch, mein Partner hat mich da nicht optimal geführt. Wahrscheinlich wäre besser, er lässt im ersten Stich aus seinem Pik Ass König Dame Lusche erstmal die Lusche fallen und beschwert dann den zweiten Stich mit der Herz 10. Da habe ich die eine extra Information. Dann kommt natürlich von mir auch das Herz Ass, aber ist natürlich auch alles, ja, es muss auch man nicht so machen. Das sind auch wieder Nuancen und der Alleinspieler kann dann auch mal das Herz Ass zu dritt haben. Also es ist, es war jetzt irgendwie wieder unglücklich. Ich war natürlich wirklich jetzt in diesem Moment alles andere als zufrieden, weil das war jetzt definitiv wieder super unglücklich und jetzt bekomme ich immerhin dann mal ein schönes Spiel mit 20 im Keller. aber ich kann davon ab, wir können hier nur vom klassischen Fehlstart reden. So, greift da noch etwa jemand mal die Karo, den Karo Abstich an? Ne, das ist nicht der Fall. Dann ist ja sogar Schneider drin, wo Karo auch noch einer rausfliegt. Jawohl, Herz, irgendjemand, der Spieler 3, das war jetzt vielleicht, wo er den Trump-Stand kennt jetzt und auch ein Karo rausflog und kein Herz von seinem Partner war das jetzt auch wirklich sehr optimistisch. So, den Schneider haben wir eingesackt, wenigstens das und jetzt Anschlussspiel, das sieht gut aus, aber warum haben wir denn da jetzt schon wieder eine Reizung? Haben wir eine 30er Reizung im Spiel? Ich meine, zur Not gehe ich auf Kragen, das ist klar. Ich glaube, jetzt muss ich. 27, Karo 10 König, im Prinzip zwei passende Karten. Ja, und jetzt, wer spielt den Kran? Jetzt mal ehrlich, überlegt mal, Mittelhand, 27 gereizt, okay, die beiden Alten, Karo 8, 9 Dame oder sowas, oder vielleicht sogar 4 Karos, aber 27, muss der denn jetzt überhaupt ein Kreuz in der Hand haben? Vielleicht hat er sogar Karo Hand gereizt, irgendwie, was man sich auch schwer vorstellen kann, aber mit Herz, Ass, 10, Pik, Ass und hat gar kein Kreuz, weswegen er auch unbedingt noch 27 sagen wollte. Also spätestens, als ich mir jetzt überlegt habe, hey, du hast immerhin den Kreuz mit ausgezeichneter Schneiderschance, 48 gegen 72, spiel mal nicht den Gang hier, wenn da Kreuz im Dritt steht, dann gibst du plötzlich, also, dann gibst du plötzlich fünf Stiche ab, weil dir der, die Kreuzstärke rauskegelt und dann wird das Ding ausgesprochen unangenehm. Wir machen hier den Kreuz. Ist ja auch so ein bisschen so, wenn die Liste so läuft, so ein bisschen nagt das ja auch am Selbstbewusstsein, muss ich sagen, also nicht ganz fit gestartet, einige kleine Nicklichkeiten, das hätte mir jetzt noch gefehlt, dass ich hier einen Gang einstelle. Okay, hier zeigt sich Kreuz Lusche Stand da, also, im Schneidersinne setze ich jetzt hier mit Pik Lusche fort, der Gang wäre also gegangen, aber mit der Entscheidung, ich glaube, ab hier bin ich so ein bisschen aufgewacht und in der Serie gelandet. Ich glaube, das ist im Prinzip eine gute Entscheidung hier. So, 550, 6 zu 1, drei Spiele noch. Ab 700 ist es, denke ich mal, ganz okay. 800 ist so dieser Paar 100 pro Päckchen, mit dem man im letzten Jahr auf jeden Fall aufs Treppchen oder die ersten drei gekommen ist. Die ersten drei hatten gerade knapp über diesen 100 pro Päckchen Paar. Aber 550 ist natürlich noch nicht so dolle. So, der ist mit zweien, da sind die Trümpfollen hinfort, er ist sogar mit dreien, sieben Trümpfer zieht sogar leer, mit vieren sogar, sorry, ich muss mich korrigieren, und zieht hier noch in den Trümpfen rum, also mit anderen Worten, hier geht es jetzt nur um Schneider oder Schwarz sogar. Ich habe mir gerade noch mal ganz genau angeschaut, was mein Partner da wegwirft. Naja, und an der Stelle ist jetzt eigentlich klar, er hat die Herzeno in der Hand, mein Partner, und hat sich gerade den Pikönig dritt abgeworfen, und das heißt, ich muss jetzt nicht mehr Pik halten, ich kann jetzt den Karo-Stich festhalten. Und genau da war auch der kleine Bluff noch drin, also wenn ich jetzt hier mit dem Kawa-Sama-Abtrag, dann liegen uns noch Schwarz gespielt, so aber nicht. So, Mittelhand, kein Volles. Wer sagt 18? Frage in die Runde. Vorhand ist am Überlegen. Will der keine Hand, oder was macht er, überlegt er gerade? Eingepasst gibt es doch gar nicht. Herz, Bauer, Herz, Ass, das war der Grund. Hätte ich einen Sechstrümpfer mit rein gehabt und einen Ass zu dritt dabei, ich glaube dennoch, dass man den einfach nicht in 18 sagen darf in Mittelhand. Selbst wenn Vorhand angepasst wird, ist das noch fragwürdig. Da gehst du vielleicht in der fließenden Bewegung rein in den Stock. Zu lange drüber nachdenkst, tust du es schon wieder nicht, weil du brauchst ja wirklich zwei passende Karten und es wären zwei guldene Ührchen drin gewesen. So, nächstes Spiel, nichts bekommen, 550, vielleicht noch ein Gegenspiel, aber bei 18 auch eher unwahrscheinlich. Dazu, einen über den Durst gereizt, mindestens zwei, die ich vorher schon gesehen hatte, im Gegenspiel versenkt, jetzt mit dem, was ich es hier live nach träge, einschaue, vielleicht sogar drei, teilweise natürlich in einer schönen Co-Produktion mit meinem Partner, aber letztlich der Anspruch sagt, ich habe die alle ein Stück weit auf dem Gewissen, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, also Fehlstart, meine Lieben, Fehlstart in das Rocket-Finale, 550 Punkte und absolut unzufrieden hier an der Stelle mit meiner eigenen Leistung, das muss jetzt aber gleich besser werden, Daniel, verdammte Axt, du streepst doch gar nicht live und kommentierst, aber man muss auch sagen, so ein bisschen, auch dass du das nur am Laufen hast, das Video, ist auch schon mal so eine kleine Ablenkung, minimal nur, aber so ein bisschen, es ist halt nicht das gleiche wie live am Tisch, dazu war auch noch so ein bisschen, guck mal, hier habe ich zumindest mal noch auf die Peak 10 schön gewartet, um uns Schneider frei zu machen, dazu war auch noch so ein bisschen Hintergrund rauschen hier in der Geschichte, also es gibt vielleicht den einen oder anderen Grund, den ich anfühlen kann, aber ich bin nicht happy mit dieser ersten Serie, sage ich ganz offen und ja, gucken wir an, ob ich es in den nächsten Serien besser mache, ob ich es noch rausreißen kann, ich meine, 550 ist jetzt kein kompletter Fehlstart, aber es ist gerade im Listenverlauf hier definitiv unterwert und am meisten fast ärgert mich, dass ich diese eine, dass ich dieses eine Blatt nicht auf 20 gepasst habe, mein eines Verlustspiel, längst Geschichte, nicht mehr zu ändern, also bleibt mir gewogen, hoffe, ihr habt weiterhin Spaß beim Skat, demnächst kommt die nächste Liste, auch meine Streaming-Kollegen werden sicher einiges an Material rausbringen, das Rocket 2022, das Finale jetzt Anfang 2023 ist wahrscheinlich das am meist gestreamteste Rocket und ja, so gesehen freuen wir uns auf die nächsten Serien, haut rein, bis denn, gute Nacht. Musik 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 Musik